Da kommt der Werfer. Cricket, eine englische Sportart. Cricket ist ein Mannschaftsspiel, bestehend aus elf Spielern in jeder Mannschaft. Es wird mit Schläger, genannt Bett, und Ball gespielt und ist deshalb auf den ersten Blick leicht mit Baseball zu verwechseln. Es stammt aus England und wurde zunächst über die Commonwealth-Staaten in die ganze Welt verbreitet. Ich spiele für Bad Oaken Team. Heute haben wir gegen Trier gespielt. Das war sehr gut. Das Trier-Team ist auch ganz perfekt. Das taktische Rückschlagspiel hat nicht nur historische Tradition, sondern ist Vorläufer des beliebten US-Nationalsports Baseball. Trotz des frühen Ursprungs ist diese Sportart auch heute noch hip und angesagt. Ich spiele als Mannschaft Bad Oaken im Kosmos. Ich bin seit vier Jahren mit dieser Mannschaft. Und heute waren wir hier in Trier gegen das Starkecker Team. Wir haben gute Spiele gehabt und ein paar Spiele haben wir verloren, aber ein paar Spiele haben wir gewonnen. Die Länge des Spiels kann variieren. Das beliebteste Format ist T20. 20 steht dabei für die Anzahl an Overs, die gespielt werden. Jeder Over besteht aus sechs geworfenen Bällen. Ein Tagspiel, oder auch One-Day-Match genannt, dauert 50 Overs. Die längste Form trägt die Bezeichnung Test Cricket und dauert bis zu fünf Tagen. Sehr gut. Also schöner Ball. Angenommen. Das beliebteste Format des Spiels ist jedoch T20, weil es schneller geht. Dieses dauert circa drei Stunden. Es bietet viel Action und Spannung, da in kurzer Zeit so viele Punkte wie möglich zu erzielen sind. Schon im Alter von nur fünf Jahren kann mit dem Cricket begonnen werden. Unser Trierer Team spielt hier im Trierer Stadion. Aber der Trierer Cricket Club sucht nach einem geeigneteren Platz, um Cricket zu spielen. Wer in der Schule schon immer ein Fan von Prellball war, ist hier genau richtig. Interessierte Spieler oder die, die es noch werden wollen, sind jederzeit auf unserem Pitch willkommen. Wer einmal in Cricket hineinschnuppern möchte, ist herzlich eingeladen, sonntags beim Training vorbeizuschauen. Sehr gut. Die Mannschaft aus Trier mit dem Namen Trierer Eleven spielt zum Spaß. Sie treffen sich immer sonntags, hoffen auf weiteren Zuwachs für die Mannschaft und freuen sich auf weitere erfolgreiche Spiele. Sie確 sind wirogen. Vielen Dank!